Es braucht auch immer einen Sündenbock. Hauptsache, Sie haben einen Schuldigen. Und deshalb gebe ich Ihnen einen Schuldigen. Wir haben eine Hexe unter uns. Du musst dich verheilen. Sie sind auf dem Weg hier. Dafür kommt ihr auf den Scheiter auf. Warum habt ihr mich befreit? Sieh genau hin, Theodor. Was siehst du? Nicht ich habe mich mit dem Teufel eingelassen. Sondern ihr. Das mag sein. Aber brennen werde trotz alledem ihr. Das mag sein. Das mag sein.